Herzlich Willkommen bei Honeypop. Ich habe mir eine Verstärkung für dieses Spiel besorgt und zwar... Scar! Genau, der hat mir das Ganze auch eingebrockt und wir stehen jetzt jetzt zusammen durch. Also eigentlich ist er kein Kurbspiel, aber wir haben das nach ein paar technischen Schwierigkeiten hingekriegt, dass er jetzt zugucken kann, ohne dass er neben mir sitzt. Es ist Team Summer Day und ich dachte, ich schenke ihm einfach irgendwas Tolles diesen Sommer. Irgendwas, wo er sich erfreut, wo er sich Spaß haben kann. Ja, wir heulen können. Ja, mal gucken, wie dramatisch es wird, bei wie viel wir abblitzen werden. Das Ganze ist so ein Dating-Sim gepaart mit, ja... Bejeweled? Ja, Bejeweled, Candy Crush, was auch immer. Mix drei Symbole zusammen. Genau. Gut, ich würde mal sagen, wir starten als Male. Wir sind harte Kerle! Harte Kerle, die Weiber aufreißen! Sonntagnacht. Sonntagnacht. Ja, weiß ich leider auch nicht. Sonntagnacht. Guten Tag! Die hat schonmal hier fast nix an. Die hast du für... äh, oh. Hi, hello! Niemand. Ich glaube, ich liebe dich. Oh mein Gott, die Auswahl! Nein! Nein! Wir sind schon so scheiße zu ihr und sieben. Redet noch mit uns. Das ist schonmal ein komisches Zeichen. Ja, ein komisches Name hast du da. Nein! Nein! Oh, das ist großartig. Ich habe deinen Namen. Schau, Junge. Kannst du dir alles gut sein? Es sieht aus, als ob du es ein Problem haben, um es zusammen zusammen zu halten. Nein! Ah, mit uns geht's gut! Alles super! Na, chillen! Ähm. 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 Was? Shit! Ja, du musst passfotos mit Google Earth. Lischen! Okay. Meet again real soon. Es ist immer noch Sonntagnacht. What the fuck? Holy shit! Es ist alles so pink! Sie hat doch... Nein! Fünf mehr Minuten, please! Ja! Oh, was ist das? Ich hole die Bullen! Was bist du überhaupt? Was macht eine komische Fee in meinem Zimmer? Äh. Ja, genau. Sie hat ja gesagt, dass wir sie bald wiedersehen. Aber... Was machst du in meinem Bett? Ich glaube, die steht auf Cosplay und so. Ach so. Äh. Ja. Warum hast du Flügel? Ja. Jeder kann seine Hafe verändern. Ähm. Okay. Okay. Was machst du so? Wie verdienst du dein Geld? Wie verdienst du dein Geld? Äh. Ja. Ja. Mit den Ladies. Ladies. Ah ja. Genau. Aha. Was hat sie denn bitte davon? Ja. Ich lass mich doch nicht auf so'n Scheiß ein, wo ich in der Schuldenfalle lande. Ganz viele. Ganz, ganz, äh. Ne? Ja. Eine riesige Menge. Wow. Ja. Zeig mir die Seile, die ich mich aufknüpfe. Oh mein Gott. Es ist immer noch Sonntagnacht. Ich muss schlafen, Mann. Ich muss Montagfrüh doch bestimmt raus. Oh nein. Es beginnt still. Ich versuche das schnell zu machen. Das ist die Dateskrieg. Diese kleine Piele sind die Token. Du wirst Affektion mit drei oder mehr der zirkelnden Token, horizontale oder vertikale. Für einen erfolgreichen Dates musst du den Affektionmeter erfüllen, bevor du aus dem Weg gehst. Geh'n. Gib's dir einen Schuss. Du hast die orange mit dem Crescent-Change im Mitteln des Kriegs. Nein, oder? Was ist die orange? Oh! Oh! Okay. Flirtation. Ah! Ah, okay. Ah! Das heißt, wir geben ihr jetzt eine Menge Rote, oder? Ja! Ah! Siehst du, sie will selber. Da steht sie drauf. Gibt's ihr? Sweet. Ja. All right. Lass mich die anderen Token-Typen kurz vorlesen. Was hat das hier auf dem Cover? Startscreen. Ich glaub, da hatte jeder was anderes. Weil die eine hatte ja auch gebrochene Herzchen. Ich glaub, das ist das nicht gut. Das ist so Sentiment's hot. Das ist so Sentiment's hot. Ich glaub, ich muss das auch erklären. Hier. Ich werde dich mit einer meiner. Das ist auf dem Haus. Oh! Wie ich gesagt habe. Was ist dieser Teddy? Den geben wir nie wieder her. Nie wieder. Als ob wir den verschenken. Die Teardrops. Okay. In der left. Hier. Teardrops. Okay. Das sind die ganzen gebrochenen Herzen. Die solche hier. Sie haben jedenfalls einen unieke Effekt auf dem Date. Und können extrem wichtig in Kombination sein. Oh. Und dank einer kleinen Faerie-Magie. Du siehst du sie nie wirklich nicht verloren. Also kannst du sie auf der nächsten Seite sehen. Weil die Leute oder was? All right, all right. Ich habe lange genug getan. Ich lasse dir die Date zu Ende. So kannst du den Hängen bekommen. Oh. Und keine Ahnung. Ich lasse dir nicht zu Ende. Ich bin nicht so dumm. Oh. Gib mir Herzchen. Oh. Hier. Vierer. Bam. Krass ey. Wie es abgeht. Das darf freundlich. Guck mal hier. Zack. Und jetzt so hier. Und hier. Das ist ein richtiger Probi ey. Ja. Und das. Glöckchen. Ah. Brauchen wir nicht. Wir haben eh kein Geschenk. Also brauchen wir auch keine Tröpfchen. Du bist zum Dayton geboren, Phil. Ja. 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 Hier. Tröpfchen. Ah ne. Aber nicht. Egal. Äh. Hier wärs. Damit. Oder damit. Oder damit. Was auch. Das sind gebrochene Herzen. Ja. Oha. Ab gehts. Was auch. Du hast noch neun Züge. Ach. Was wir schaffen. Ich glaub schon. Äh. Hier. Hier. Eins noch. Noch eins. Noch eins. Das schaffst du. Du hast sie gleich. Yes. Die Hammer. Die Horsch. Die Horsch. So. Gehts. Wir kriegen Muni. Wir kriegen Muni. 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 Ist das Geld. Ist das. Mani. Muni. 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 Muni ist auch bestimmt ein geschützter Begriff. Gib mir das Muni. 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 Schedule. Ich muss arbeiten. Olle. Okay. Pass auf. Was. Was. Der Honeybee. 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 Oder was. Ah. Oha. Oha. Das ist ganz schön stalkig. So eins brauche ich auch. Für gewisse Dinge. Ähm. Ähm. Äh. Okay. Aha. Wir sind weird. Aha. Wir haben Wix-Tücher und eine Formelersammlung. Wie kann ich die angucken? Oh. Warte. 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 Ja. So ist shit. Yeah. Videogames? Warte. 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 Ja. Ah. Ach so. Oh. Guten Tag! Entschuldigung, Frau. Ja? Ich bin jetzt hier für ein paar Minuten. Ich warte immer noch, um zu helfen. Oh, ja. Was hat die für Handschüchen? Es sind vielleicht Fingerschüchen. Vielleicht war das ja so geplant. Es dauert nur eine Sekunde. Ich meine, es ist mehr als eine Sekunde. Also... Sind Sie wirklich ernsthaft? Ich sollte schon über 15 Minuten gelesen haben. Ich bin fertig. Wow. Okay. Äh, hallo. Ich liebe mir ein bisschen Schokolade. Ich habe eine talle Glasse von Lerner Fischer. Weißt du, was ich sagen? Okay, keine Frage. Sie können mich nicht sehen oder hören. Ich bin nur ein Figur von Ihrer Erinnerung. Ach so. Nein, ich bin verrückt. Ich habe mich einfach von allen geflogen, sodass ich Ihnen über die Beispiele geben kann. Lassi. Mal sehen. Mal sehen, was gerade geschlafen hat. Sie ist wahrscheinlich ein bisschen schlafen. Versuch, auf ihrer guten Seite. Öffne mit etwas, was sie wahrscheinlich hören will. Mal sehen. So. Hör dir. Mal sehen, was aber nicht gut ist. Ich glaube, das ist ein Problem, aber ich bin nicht sicher, ich würde es viel Chestnut machen. In einem Café ist das schon die Ausnahme. Wieso sind wir plötzlich so erfahren, mit Frauen zu sprechen? Tja, welches willst du denn nehmen? Ja, es klingt machbar, ich weiß nicht. Klingt nett, ich weiß nicht, aber... Sie wirbt uns jetzt schon. Ja, es wäre eigentlich witzig, weil sie es wahrscheinlich als Witz aufhörst oder so. Ist es funktioniert? Funktioniert es? Ich würde nicht sagen, es funktioniert nicht. Ich werde dir sagen, Big Shot, du hast mich in einem guten Mood. Sie hat einen Burgerbalken. Was ist dein Bestes gegeben? Ja! Doch! Ja, voll creepy! Nachdem du hier mit diesem Mädchen fertig bist, kannst du mit ihr zusammenfassen. Du kannst mit ihr zusammenfassen. Ja! 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 Was können wir denn machen? Wir können wieder Talken. Ein Date gehen, Inventory, Girl Finder, Profile, Gift. Rede mit ihr. Und erhalte dich mit einer Person. Ihr Burgerbalken geht runter! Ihr Burgerbalken geht runter! Das ist alles, was dich interessiert. Burgerbalken. Äh... ja. Ähm... Ja, hier ist es, oder? Ich weiß nicht, ich habe das letzte genau. Ich bin mir echt nicht sicher. Sport? Meinst du, sie steht auf Selbstbewusst hier? Ja, keine Ahnung. Yes! Ja! Oh shit, jetzt lädst du uns ein zum Sport und wir sind voll scheiße. Was steht denn hier? Sie mag Romance, diese Romance Dingis. Sie mag kein Talent. Sport, Travel. Das fehlt mir so viel. Was ist denn das? Das ist unser Girl Finder, da können wir zu anderen nachrennen. Messages! La la la. Aha. Ist das mein Inventory? Store. Okay, es sieht aus, als ob die beiden... Aha, sie ist wohl sehr in Sports. Ja, die tollen Sachen. Mach sie glücklich, Finn. Was gibt's denn hier? Unique. Additional Honey while talking with her. Okay, ist auch cool. Das kostet aber so viel. Hier kann man sie füttern und hier abfüllen. Wie so ein Tamagotchi. Ja, kauf mir immer den Shit, oder? Weiß nicht, brauchen wir vielleicht Geld noch für nachher? Weiß nicht. Kauf mal bloß eins. Okay, dann... Die Disc. Ja! Da hast du ein Frisbee! Ja! Dann kriegen wir so Dingsi hier, was auch immer das ist. Wir haben eine Mail! Aha! Present Two! Okay. Cool. Das heißt, wenn wir verschenken, werden wir verschenkt. Toll! Oh! Ich liebe Geschenke! Phil, gib mir ein Geschenk! Ah, guck mal, da kannst du, wenn du dein Geschlecht wechselst, nur die Orientation von den Girls ändern. Phil, gib mir ein Geschenk! Ja, doch! Guck mal, hier kannst du noch andere, hier kannst du Trades kaufen. Talent Tokens, Gift Additional. Davon haben wir erst wenige, oder? Ja, ja, dafür haben wir noch nichts genug, aber... Das erhöht Flirt, Sexuality, Romance... Phil, wo ist mein Geschenk? Passion. Weiß nicht! Wo soll's denn sein? Du hast doch gesagt, du beschenkst mich! Ja! Ja? Wir müssen mal wieder sehen, irgendwann. Yes! Okay, da komm ich in das Ding rein. Warum kannst du sie jetzt schon auf ein Date fragen? Ich weiß nicht, sie hat ein Herzchen erst. Ja, wie krie... Müssen wir mehr mit dir reden? Weiß nicht. Was war denn das, was ihr Dingsi erhöht hat, da ihr... War das... Boah, das kostet voll viel. Weiß nicht. Phil, unser hart erspartes Geld! Unser hart erspartes Geld! Sollen wir den anderen nachrennen? Na, frag's auf ein Date. Probieren wir's. Okay. Oh! Ja! Wollen wir ins Café gehen? Hot Spring! Aha! Ey, das ging schnell. Oh, hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! Jaaa! Mein erster Stage stelle ich mir nicht unbedingt so vor, aber okay... Sie steht auf Romans, ne? Also keine blauen, sondern nur die hier. Und am besten erst die hier. Oh, da können wir ein Kombo machen hier, oder? Ja! Ja, bitte. BAM! Ja, gib dir gleich noch die anderen Herzchen dazu. Hast du gut gemacht! Jaaa! Impressive! Hahahaha! Tja! So, es zeigt deine Beschuldkünste! Mach sie an! Sag ihr ein Kompliment! Sag, dass sie gut aussieht! Ich kann dir ein Teddy schenken! Aber wir haben noch gar nicht so viele Broken Hearts! Das lohnt noch gar nicht! Ja, dann lohnt es sich nicht! Dann lass es! Äh... Da, die Glocke links! Tu es! Die Glocke? Die Glocke links nach rechts schieben! Dann hast du wieder einen Turn! Die hier? Genau! Oh, guck mal! Oh, Baby! Ja, Effekt, äh, Dingsi hier! Sentimental braucht man eigentlich gar nicht mehr! Ja, das ist... Ein bisschen blöd! Die Musik, ey! Die Musik, ey! Oh, guck mal jetzt! Sowas! Benutzt das Film! Und dann benutzt sie! Aha! Äh... Hier... Ja, nochmal zwei! You're good! You're good! Hallo! Äh... Oh, Gott! Ja, voll! Ja! Du hast uns die Suppe eingebrockt! Ich war es von gar nicht! Du hast förmlich danach gebettelt! Auf jeden Fall! Du hast gesagt, Skar, schenk mir dieses Spiel! Es ist so toll und ich wollte schon immer sowas spielen! Denn genau das waren deine Worte zu mir! Ich glaube auch! Äh... Zumindest hat sie sich so angehört! Hm... 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 Äh... Hier, Glocke! Ja, es läuft! Die Glocken! Oder um! Die roten... Genau, die runter! Ab geht's! Ja, läuft soweit gut! Das schaffen! Komm, gib mir jetzt den Teddy, oder? Äh... Kannst du machen! BAM! 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 Wie können die Leute sowas spielen? Das macht mich ja voll kirre! Gibt mir einen Dark Souls! Gibt mir einen Doom! Gibt mir einen Mass Effect! Aber das... Das macht mich fertig! Ja, das ist heftig! Hier, sie... Ja! Yes! Ja! 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 Wir sind so gut! Ey, wir kriegen wieder Geld. Wir gehen auf Dates und kriegen Geld. Boah ey, wie gut das einfach war. Naja, sie liebt uns jetzt. Ja. Schon zwei, Herzchen. Aha, okay. Eine Message. Improved Traits, hm? Girl Finder, Girls, Lola. Details. Ah, da kann man ganz viel Zeugs erfragen. Collections. Oh Gott, komm her, so viel schenken. Holy. Fotos. Fotos. Okay. Ich weiß, wo das hinführt. Tja, ich glaube, das müssen wir auf YouTube einstufen hier. Extra auf, weißt du? Wo es denn der andere besteht. Shit ey. Aber dann können wir auch ein richtig großes Titten-Thumpnail bringen, oder? Boah, das wäre echt dreist. Da bin ich voll dabei. Ey, ich meine, das geht tatsächlich hier rum. Es ist nicht so, dass Leute hier... Und dann ist nix im... Egal. Wir gehen jetzt zu der anderen. Wir haben gute Arbeit verrichtet. Das ist nix, ja? Wir lassen die jetzt im Bikini im Kaffee stehen. Ja, okay, sie waren im Bikini. Doch, war nicht. Was? Stand da grad lu... Hab ich mich grad verlesen, oder stand da lustiges Nightclub? Lustiges Nightclub? Nein, lustig. Lustiges Nightclub. Wer ist das denn? Oh mein Gott. Intro wird vertiert von Nerdy und Outro wird... Ja. Irre, weiß nicht. Wir erscheinen doch irgendwie... Das ist so crazy. Oh mein Gott. Why do you do this every fucking time? Can't you just like chill out for once? I don't know. Have fun. This isn't fun. Everybody here is a complete douchebag. I told you I didn't wanna come here and you dragged me anyway. Just like last time. Because you can't just sit in your room all day. I think you need to fucking exist or something. Hahaha. Oh shit. I was afraid we might run into one of these. Doesn't look like she's a big fan of people. But... Your weirdness might actually... I have the perfect friend for you. What? I have the perfect friend. No! Stop. Okay. Äh... Wie wäre es, wenn wir es in der nächsten Folge weiter machen? Wie es mit der so weiter geht. Weil wir haben jetzt hier die eine schon abgeräumt und äh... Ne? Oh mein Gott. Ich weiß ja nicht, wie lange sich die Leute sowas angucken können. Deswegen... Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Bye.